Hallo und herzlich willkommen zu unseren Buchtipps. Heute möchte ich euch das neue Buch von Timothy Snyder vorstellen, Der Weg in die Unfreiheit. Die liberalen Demokratien des Westens gingen Anfang des 21. Jahrhunderts davon aus, dass mit dem Ende des Sozialismus und dem Gedeihen der Europäischen Union eine friedvolle, globalisierte Zukunft vor uns liegen würde. Die Wirklichkeit lehrt uns etwas anderes. Mit der Etablierung der Macht Putins in Russland rollt eine Welle des Autoritarismus und der Destabilisierung von Ost nach West, die mittlerweile auch die USA erreicht hat. Nationale Interessen bedrohen die Europäische Union. Fake News haben Fakten abgelöst. Ungleichheit wird für gerecht erklärt. Und Oligarchien werden zementiert. Der renommierte Geschichtsprofessor Timothy Snyder analysiert brillant, wie sehr die Grundlagen unserer Demokratie in Gefahr sind. Der Weg in die Unfreiheit erschien bei CH Beck. Vertraue und Georgien